Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforik.de. Wie ihr es am Titel schon gesehen habt, es geht wieder um eure Fragen. Wir sind auf der Suche nach Fragen zum GLC Coupé von Mercedes, Audi Q2, Volvo S90 und Porsche 718 Cayman. Alle Fragen wie gehabt in die Kommentare rein und wir werden die dann in einem extra Video beantworten. Und bei diesem Video würden wir uns dann auch wiedersehen oder beim jeweiligen Fahrbericht. Bis dahin, ciao!